Ey, bitte lasst das drin. Wenn ihr das nicht drin lässt... What? Und am Saisonende beende ich meine Profikarriere. Wie sagt Lukas? Wer wäre der andere gewesen? Jetzt sagst du nicht, brauchst du auch nicht. Lukas, das wird nicht. Der hat ja schon als Stürmer überall früher überhertan. Ja, aber der hat ja kein linker Verteidiger gespielt. Hat er tatsächlich auch schon gespielt als linker Verteidiger? Ehrlich? Ja. Der hat alle Positionen gespielt, außer Zentral und Torwart. Den hätte ich gerne als Zehner gesehen. Der hat ja also Zehner und Defens, also im Zentralen Defens noch nicht. Aber links und rechts alles schon auch Mittelstürmer. Ich habe bereits in Bundesliga, Europa League, Champions League und DFB-Pokal für den BVB getroffen. Ich bin so alt wie Erling Haaland und dann Axel Zagadou zusammen. Und, ihr rechnet noch, da kommt noch der Hinweis, ich habe die meisten Follower auf Instagram. Ich bin so alt wie Erling Haaland und dann Axel Zagadou zusammen. Ich bin so alt wie Erling Haaland und dann Axel Zagadou zusammen. Ich bin so alt wie Erling Haaland und dann Axel Zagadou sind ja nicht zusammen. Moment, ich habe aber einen Fehler gemacht. Erling ist 20 und Zagadou ist auch 20 oder was? Entschuldigung, ich habe einen Rechenfehler drin gemacht. Entschuldigung, ich habe einen Rechenfehler drin gemacht. Ich habe einen riesen Bock gemacht. Ey, bitte lass das drin. Bitte, wenn ihr das nicht drin lässt. Also, Zlatan spielen wir uns nicht in Auge. Nein, ich habe schade nicht. Ich habe einen riesen Bock gemacht. Hast du es drauf, Top? Ja, halt mal weiter drauf. Wenn du die mal jetzt mit in die Kamera hättest, ist die Verantwortung nämlich ganz woanders. Das ist so schlecht. Wer glaubt das bitte gut, fühlt sich an. Ich freu den Nase, Alter. Ich denke mir so, hä? Hä? Dinger, wir spielen bei uns so in 40, ey. Ja, Fischus oder Els, oder? Fischus? 35, ja. Ich dachte, das ist sogar 15? Könnte sein. Okay, also wir machen die Hinweise. Ich habe schon in allen Wettbewerben für den BVB getroffen. Ich habe die meisten Follower auf Instagram. Und machen wir dann einfach, ich bin aus Mönchengladbach zum BVB gewechselt. Ich? Ey, das ist so tot, Alter. Oh je. Du bist 40 also jetzt, oder? 3 zu 0 für Marco und ein Tadel. Oh Mann, gib mir einen Haldenpunkt dafür, bitte. Ja, okay. Jule Heil. Machen wir einfach schnell weiter. Ja, bitte. Meine Rückennummer ist eine Primzahl. Da bin ich mir aber auch sicher. Ich habe gegen alle aktuellen Bundesligisten außer den BVB und Bielefeld getroffen. Und mein erstes Bundesliga-Tor diese Saison habe ich an alter Wirkungsstätte erzielt. Ja, das kann ja dann nur nicht sein. Da haben wir nur ein Tor geschossen. Und das ist auch richtig. Ja. Echt? Gegen alle hätte ich uns getroffen? Nur Bielefeld und? BVB. Und sehr gut dran. BVB ja alles. Stark, ey. Mit 24. Super. My bad. Nächster Spieler. Tschüss. Tschüss. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie im Laden Petric. Tschüss. Tschüss. Am gleichen Tag. Mein Bundesliga-Debüt habe ich unter Lüschen Fahre gegeben. Und ich trage die gleiche Rhythmennummer wie BVB-Legende Michael Zorc. Welche Nummer? Nummer zwei, ja. Acht. Acht. Der hätte Acht gehabt aber nicht. Nein, das geht nicht den, den du meinst jetzt. Mo? Ne. Ne. Doch. Doch. Wieso das denn? Der Bundesliga-Debüt hat er doch nicht, der doch. In Gladbach? Unter Lüschen? In Gladbach unter Lüschen gegen den BVB. Oh shit, Langei. Geil. BV? Ja. Für Julian. Hättest du mir die Nummer nicht voll gesagt, ich habe es niemals erfahren oder herausgefunden. Nächster Spieler. Mein einziger Landsmann beim BVB, also der einzige aus meiner Nation, der auch beim BVB gespielt hat, ist aktuell Polens Nationaltrainer. Ich habe in jeder Bundesliga-Saison, in der ich gespielt habe, mindestens einmal getroffen. Und ich habe die UEFA Nations League gewonnen. Boah. Rafa? Sicher? Der hat die Nation League gewonnen oder nicht? Portugal hat die Nation League gewonnen. Und deswegen ist Rafa auch nicht. Ja. 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 Die haben einen portugiesischen Trainer, oder? Paulus Husser ist jetzt Trainer in Polen. Drei. GG. Dritter Punkt für Julian. Nächster Spieler. Matchball. Ich bin in Englisch. Ich habe über 6 Millionen Follower bei Instagram. Meine Rückennummer trugen bereits Emre Mohr und Adnan Janujay beim BVB. Da-da. Göl. Bitte? Göl. Also ehrlich. Das ist richtig. Vierter Punkt für Julian. Nächster Spieler. Matchball. Ich bin in England geboren. Ich habe diese Saison das erste Bundesliga-Tor für den BVB erzielt. Und meine beiden Eltern waren ebenfalls in der Fußball-Nationalmannschaft. Gio. Wie beim letzten Mal. Marco setzt zur Aufregung an. Gio ist richtig. Dritter Punkt. Nächster Spieler. Wenn ich im Bundesliga-Kader stand, hat der BVB immer gewonnen. Ich bin Junioren-Nationalspieler. Und ich bin vom VfL Bochum zum BVB gewechselt. Ja, das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Ach, shit. Luca. Sicher? Ja. Der Raumstück gibt's. Ehrlich? Wow. Wow, wow, wow. Ach, shit. Lama, ey. Na, ey. Im.